Musik Okay, warte, tötest du keine Männer? Ja, nur die, die im... Bei dir sind. Im Mikro, ja. Fuck, ich muss mich rausschießen. Boah, das ist komische Geräusche, wenn ich mit zerschießen. Bulldog. Komm, ich geh mal in die Kiste, vielleicht gibt's was Cooles. Hahaha. Mg 42. Lachiert da und so. Boah, das wird peinlich. Okay, ich komme zu hoch. Nee, noch nicht. Geh mal ganz nach oben. Ich bin jetzt bei Speedcola. Ja, ich riskiss jetzt einfach gleich. Meinst du? Ja, ich riskiss jetzt. Ich komme zu hoch. Nein! Oh, ich bin so... Nein, ich bin... Nein, ich bin... Ich wüs gar nicht... Ach, ich lebe. No, ne. Ich wüs gar nicht jetzt auch... Break. Ich wüs gar nicht jetzt auch sprechen. War keiner, war nur einer weist. Hm. Hä, ich hab dich doch belebt. er ist tot es ist break ja warte ich geh runter warte schaff ich den Sprung ja den schaffst du nein oder? nein nee schaff ich komme da nicht hoch sorry ich komme da nicht hoch die Blöde ah ich glaube es einfach runter ich muss jetzt nach oben ich bin jetzt oben ja tötet keiner ne also nur die also weißt du schon beschert ne was bei uns so ja wir müssen diskutieren zu PPSH am besten irgendwie also er muss einfach nur unten alle ansammeln so wie ich jetzt grad ne warte lass mich kurz reinschießen ich nein 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 musst du jetzt nicht ich komme zu runter kannst du genug reinschießen wo kommst du? ja was denn sonst ok ich will ich will mal ich will dann später die MG 42 dann dieses A1 Peggy Punch verarmt gibt es auch noch besondere Waffen wie die Tesla Gun oder Stier ja echt? ja sollte es geben es gibt besondere Waffen MW 2 Waffen Black Ops 1 Waffen dann geh ich mal kurz an die Kiste kann ich abschließen? na warte darfst dreimal raten was ich hab es lagern? ey komm man du kriegst nur den geilen Scheiß ja gut ich hab jetzt das MG 42 das geht doch oben deswegen frage ich gerade noch mal kriegt die Tesla Gun? oooooh kann ich mal an die Kiste gehen? bam jetzt hat kabumm gemacht eich ist die Möcke ziemlich geil ja ist jetzt ist es doch ist sie doch ja die Klemus genug Zeit äh das sind zwei Sekunden die Klemus wenn der zieht was ist mit die Tesla gehen lass mich mal kurz durch ich glaube ich pote mich jetzt mal dann kaufe ich mir Jugga jo kannst du machen also bis dann ah nicht in die Lächer fallen wenn du da lang gehst ne Lächer? ah egal vergiss es es muss Jugga also man muss sie immer unten ansammeln dass man Dinge beim Jugga trinken ey es gibt's nicht jetzt Mann Jannik Jannik ich bin tot oh knapp ich muss nach oben ich wäre erstens gestorben Jannik okay ja ich kann nichts mit granaten gk schafft doch mal ohne müssen sich schon so ein bisschen er hat geschlafen er hat es geschafft lass mich einfach liegen ich habe kein bock mal auch ganz alt und zusammen spielen jetzt machen wir das doch auch fertig ja ja aber die ganze zeit sie ist denn es hat keinen sinn mehr ich kann einfach nichts machen ja erhältlich kommt nicht hoch und so kann man schon dann auch wenn man so gut steht man halt ja ich kann mit einem schaden abgärten ich bin ich habe keine waffen wenn du gar nicht an der anderen nicht mehr noch kein jäger nach nach nein könnte ich mir wenigstens eine waffe leisten du musst es einfach abknallen und es einfach hoch weil du bist weg komm her warum lebe ich ich bin gespawnt die geschütze immer ja darf ich auch gleich hoch rennen wir schaffen das jetzt hat doch mal ein zähl ich wollte eigentlich gerade auslaufen zu geworfen aber dann wird es ja kann jetzt regelmal ja mach ich doch mach ich doch mach ich auch für die erwarten kann es sterben nicht doch und leid die sterben ist ja halt nur die Schuss war es und die Konsteine im Schilden aber es sorgt an zu sein minuten ich habe doch das ist einfach alle aber es ist die G18 Tests lagern oder die Colt im 19 Tests lagern C1 0 0 keine Ahnung und ich gepissen es ist scheiß wenn nur einer Stiftung kommt bis jetzt okay egal ja ok oh man noch jemand da das ist schon alle abgehauen man soll ich sammeln jetzt einfach alle unten an dann rennen wir alle zusammen gleichzeitig hoch fertig okay wie lange dauert es noch 5 Spawn ähm 1,50 locker man schießt noch daneben okay er hat es gehört ich sammle jetzt hier alle an sobald ihr sporen trennen wir alle gleichzeitig hoch dann okay steht jetzt keine mehr dann ja passt weißt du was ich schon wieder in die voraus noch machen guck mal sie sind schon bei 28 minuten ist doch gut die Sache läuft einfach um die PPSHs rechte okay wann spawnt ihr ich probiere mal die Crawler wegzumachen mach doch mal alle zu Crawler versuch das mal nein das wird nix nein das wird nix stepp doch man scheiß 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 wo ist denn der jetzt da fick dich so und was ist eigentlich mit der Kanone wo du Laserstrahlen schießt wie heißt die ähm ihr seid da nein ey komm ey ich man warte warte was soll das bitte was soll das egal wer rennet so Bon Trapping euer Ernst das gibt es nichts okay äh hier Janik warte mal warte mal warte mal Janik Janik so und gibt warte warte hier Mann ey was ach komm es hat sich gerade teleportiert um dich zu retten ich bin schon wieder da ja das bin mir ich hab die Thompson gekauft da würde ich jetzt nicht so einfach hochrennen ah doch ey eiskalt rennt jetzt hoch ich stirb jetzt alle mit der Thompson ganz einfach Tom es regelt hab ich vergessen cool Halt Halt also jetzt kostet die Scheißwaffe 1200 ja ich habe echt keinen bock mal da ich warte die 200 2.000 meine ich die PPS er schießt mit der Pistole rein Wie denn? Ich kann nur um keine killen, Alter. Das geht nicht mehr mit Pistole. Das ist ja mal ein scheiß Problem. Wo ist denn eine Granate? Hey, warte mal. Wir haben keine Granaten mehr. Ihr bekommt gleich. Wahrscheinlich dann. Geh mal kurz. Ich schieß mal mit der Thompson rein. Nicht dich, weil ich komm gerade hoch. Nö, ich... Ja, dann mach halt. Aber wo sind hier Löcher? Ich muss hier aufpassen. Jo, ich bin gleich oben. Hi. Du sagst ja, Thompson ist geil. Die ist so richtig geil gefärbt hier. Okay, siehst du mal alle oben. Passt die Sache. Die Sache läuft. Ja, warte. Ich knall ein paar ab. Warum kommen wir jetzt keine Zombies? Die kommen doch. Die kommen. Fack, fack, fack. Die sind noch auf dem Weg. Oh, ich hab 2000. Huh. Wieder Granaten. Okay, lass mich durch. Ich hab 2000. Okay, wir haben uns alle sind oben. Wir haben einen Break. Lass mich mal, bitte. Jo, mach. Passt doch. Ja. Okay. Wir haben Break. Wir haben Break. Ja, nicht schießen, Bushmonster dann, gell? Ja, jetzt Bonn-Züller. Ähm. Hey, ich kann nicht abschießen. Okay. Bin ne Mitte, es won't einer. No ammo. Ah, nein! Ich bin über Pick a Punch. Oh, Dicke, Alter. Ja, ich baue Scheiße, ich weiß. Ja, wie machen wir das jetzt? Einer muss hier bei den Zombies bleiben. Ich muss jetzt hier oben kurz in den Kreis rennen. Hä? Warte, ich bin über dem Pack of Punches, Leute, hier oben. Ja, ja, ich weiß schon, aber wir sind zu viele Zombies, ich kann nicht. Jetzt könnte... Ja, okay, gut. Oh, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Keine Money mehr! Komm her! Nicht wegen mir, oder? Oh, nein. Mach einfach. Weißt du, wir haben... Sorry, Mann. Schaffen wir, schaffen. Pass. Nein, 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 hey, warum? Warum kommen wir Zombies? Fuck, fuck, ich werde sterben. Ich werde sterben. Ey, ich komme hier nicht weg. Ich habe die Tesla-Garn, also die... Ich habe die gepasst, äh, die Tesla-Garn gepanscht, die ist gepanscht. Ich kann die jetzt alle mit einem Schuss wegmachen. Ich kann die alle mit einem Schuss wegmachen. Ja, ich versuche es. Ich werde es aber nicht schaffen können, weil die mir jetzt entgegenkommen und ich bin tot. Ja. Nein. Das hasse ich an dem Scheiß-Tragen wieder zu beleben, Alter. Die kommen von jeder Scheiß-Ecke, ey. Mann. Alleine hätte ich schaffen können, aber ich wäre schwul, wenn dann alle Waffen weg wären. Da kam mir auch nur der eine Zombie gegen. Ich hatte keine Munizum mehr in der PP-Star. Ohne Mist. Ja, egal. Wir spielen die Map noch ein andermal wieder, okay? Alles dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Hott rein.